Wir haben Angst, dass etwas passiert und deshalb gehen wir jetzt nach Hause, weil es das Beste ist. Ich reise ab, weil alle meine Sachen da sind und ich nichts mehr habe. Ja, wir versuchen die Stimmung hochzuhalten, solange es gut geht. Wenn es dann zu kritisch wird, hauen wir natürlich auch ab. Rock am Ring am Samstag Nachmittag. Der Platz vor den Bühnen ist leer. Bands spielen erstmal nicht mehr. Sogar die Mitarbeiter müssen das Festivalgelände räumen. Unwetter auch am zweiten Festivaltag. Am Nachmittag gaben der Veranstalter Marek Lieberberg und Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg in einer Pressekonferenz bekannt, dass das Rockfestival unterbrochen werden muss. Und wir werden aufgrund der Wettersituation und die Entwicklung des Wetters stündlich neu entscheiden, wann und ob der Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen werden wird. Marek Lieberberg betont, wie dringend diese Maßnahme ist. Wir haben es in Deutschland mit einer katastrophalen Wettersituation zu tun. Das hat nichts jetzt mit Rock am Ring zu tun. In Bayern hat es bis zu neun Todesopfer gegeben. Schlammlawinen, ähnliches. Der Eiffelturm stand im Wasser sozusagen. Der Louvre wurde geräumt. Ich denke, das ist eine Ausnahmesituation. Einige Besucher wollen abreisen, aber andere lassen sich von den Wettervorhersagen nicht die gute Laune verderben und bleiben. Es wird weitergehen, wenn es wieder weitergehen kann. Wir schauen, wenn es wieder weitergeht. Sind wir am Start. Klar. Das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020